ja hallo guys ich habe heute die geniale idee ein reaction on reaction video zu machen ich glaube das gibt es definitiv in youtube noch nicht ja das heißt hier premiere ja ich bin einfach ein genialer erfinder muss man einfach so sagen ja man gehen an genialität kaum zu treffen kurzum ich habe es irgendwie vor einer stunde irgendwie heute zwölf tages zwölf stunden tag gehabt und noch irgendwas dann kunden bis spät abends rum wurschteln müssen und jetzt habe ich einfach mir gesagt jetzt mache ich noch ein video und dass wir dieses video über die übergeber gelaufen und da geht es nämlich um florian rom 10.000 euro richtig investieren und es wurde schon mehrfach kommentiert und unter anderem auch von diesem herrn dessen namen ich jetzt gerade nicht auf der zunge habe ich kenne nur unter dem namen finanzplus glaube ich oder flusspferd oder also auf jeden fall irgendwas mit zum dem sein logo ist glaube ich ein flusspferd ja genau überfluss überfluss heißt der jetzt oder ich dachte da heißt finanzfluss na egal also wird sehr sehr interessant werden weil wir ihn nicht gleichzeitig zwei leute auf einmal kommentieren jetzt ok das let's go wie man 10.000 euro richtig investiert und das schauen wir uns dann mal an was da so seine meinung ist ok bin gespannt let's go florian home zu besuch bei tim gabel oder tim gabel bei florian das weiß ich nicht da sieht er nach er bei florian maus wäre hier so ein basket keine ahnung wer tim gabel ist ok er ist ja ehemaliger basketballspieler hier gibt es viele leute die vielleicht sagen ey ich habe 10.000 euro florian sagt 2023 werde ich probleme haben spätestens ernst spätestens dann wird es ernst das heißt ich will heute agieren ich weiß nicht was ok die reaction war vier tage nach meinem geburtstag 29.03 wird da aber wann war das video spätestens 21 wird es ernst dass ich meine da muss es jetzt irgendwann einmal irgendwann mal ernst werden weil wir haben ja schon längst 21 was machen soll florian was mache ich mit meinen 10.000 euro super entspannt super entspannt 2023 wir haben einige länder das ist gilt moment 2021 habe ich verstanden nicht 23 schon das erste fette fragezwein für asien südostasien erfinde ich blind so was stabiles wie ein wasserversorger aber die erfinde ich blind habe ich das jetzt richtig verstanden erfinde ich blind wie ein wasserversorger aber die wirtschaft wächst noch wir haben eine tolle bilanz ich krieg sechs prozent dividende ja jetzt muss man anfangen die verbindungen herzustellen also er redet von südostasiatischen ländern die ein starkes wachstum haben ich könnte in den wasserversorger investieren aber dadurch dass es wachstum ist will er vermutlich eher nicht auf wasserversorger setzen oder also auf wachstumstitel okay ich unter ich nehme das ganze mal so ein bisschen schritt für schritt auseinander sonst folge ich nämlich selbst nicht ja jetzt muss ich mein lieber herr finanzfluss muss ich eines gleich sagen deswegen habe ich auch nicht für dieses video entschieden du hast hier nämlich zwei charakterlich charakterliche personen also das heißt charakterlich weiß nicht also zwei personen die gegensätzlicher nicht sein könnten das ist der florian hom und der finanzfluss das namen jetzt gerade und acht er heißt ja auch thomas glaube ich ja genau so und das ist nämlich so bald bei es gibt unterschiedliche gehirne ja zum beispiel den florian hom sein gehirn ist einfach ein gehirn der sozusagen hat ein mastermind aber es relativ schwierig für ihn das nach außen hin zu kommunizieren bei diesem thomas bei diesem mister finanzfluss der hat auch so recht smarten mastermind gehirn aber der ist extrem gut in der kommunikation nach außen also das was im kopf ist und das was sozusagen den kopf verlässt über den mund ja sind zwei unter zwei paar stiefel sind also quasi zwei komplett unterschiedliche fähigkeiten die viele menschen wenn sie gut in den einen oder anderen extrem sind eben nicht gleichzeitig haben ja und es gibt nur sehr sehr wenige leute und diesen meistens auch sehr erfolgreich die quasi im kopf mastermind sind und dann gleichzeitig auch in der kommunikation weil sie nämlich im kopf ein tolles produkt machen können was weiß ich super mathematik-genie sind sprachen-genie programmier-genie was weiß ich stieg jobs oder irgendwelche leute wir gehen und so weiter und gleichzeitig kommunikativ ja marketing sales kommunikation auch gleichzeitig im genie sind und dann sind die meisten milliardäre oder sowas ja und deswegen der minister finanzfluss ist halt super kommunikation da kann super präsentieren und all das na also ich persönlich kann es auch nicht so gut wäre und kann natürlich dann nicht so arg folgen aus seiner welt heraus mit jemanden wie florian holm der halt innen drinnen mastermind ist das wäre nie mehr geworden aber halt sozusagen wenn er dann spricht kommunikation das was was wenn das was im gehirn ist den mund verlässt also extra komplett rum springt wie ein verrückter naja ich bin auch manchmal so ein bisschen so und das ist da gibt es auch ein begriff dafür irgendwie haptisch ne katsch da gibt es irgendeinen begriff dafür googelt das mal ja und schreibt so in die kommentare weil das haben viele 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 mathematiker die sehr sehr gut mathematisch sind ja wie zum beispiel auch der investment bank er hat schon irgendwie latein weltmeisterschaft gewonnen und so weiter als als kleines kind und so weiter und dann halt der sozusagen ja leicht also in die sozusagen in der präsentation in dem was man spricht kommuniziert kommuniziert halt nicht so optimal also bei mir also bei mir persönlich wenn euch das interessiert ich bin in beiden okay das streiche ich raus aus dem wind machen wir weiter steigt jedes jahr um zehn prozent und wasser ist dann wachstumsmarkt das ist banal solche werte gibt es dutzendfach okay verstehe also doch in wasser investieren weil die wirtschaft insgesamt wächst und ich investiere also wenn das land wächst wächst die infrastruktur was das ja nichts anderes als infrastruktur okay got it und dann steigen die werte banal wie er sagt so banal ist es jetzt nicht aber okay wir wissen wasser ist infrastruktur mein lieber herr finanzplus wie viele abonnenten hast du aktuell 127 ich bin bereits bei 530 ja 6 etwas mehr wie du aber erst so nett ist ja die aufrufe 98 ok aber schon mehr wie die wasser ist infrastruktur also da würde mich jetzt wirklich mal die man die meinung meiner community unter meiner zuschauer hier interessieren ob du auch der meinung bis das wasser infrastruktur ist denn meiner meinung nach ist wasser ein rohstoff ja noch relativ kostengünstig in manchen ecken der länder weniger in manchen länder der ecken oder manche man manchen ecken der welt und wird zunehmend sozusagen über firmen wie nächst ja sozusagen quantifiziert und bla bla und halt auch als geschäftsmodell manche sagen sogar wasser ist das ist der rohstoff oder das rohöl das sagen mal das keine ahnung das dritten jahrtausend oder irgendwie so einen spruch habe ich öfter mal gehört weil wir natürlich also überhaupt mit unserem wasser was wir haben also ohne wasser geht gar nicht also dass das wichtigste ist sauerstoff also atmen und das nächste ist dann gleich wasser also wir wissen das ja wir menschen leben nur ohne ab ohne zu atmen drei minuten maximal im schnitt ohne zu trinken wasser nur drei tage und ohne zu essen drei wochen also das ist eben die priorität ja deswegen finde ich auch die aktuelle kroner masken so scheiße weil man uns quasi die luft abschnürt dieser masken scheiße war ich verbringe immer nur so so wenig möglich wenig zeit wie möglich irgendwo wo ich eine maske tragen muss weil einfach das atmen durch die maske ist einfach scheiße und da geht es halt um sozusagen das höchste gut überhaupt und das ist sauerstoff atmen ja wenn wir wenn du nicht atmen kannst bist du drei minuten tot fertig ja und das nächste gleich ist wasser und das ist halt eine sehr interessante investoren schon lange entdeckt auch außerhalb von nestle und treten damit auch rum und so an den börsen und ja also in den usa ist oder in australien in australien ist zum beispiel das wasser geschäft da gibt es auch netflix sehr guten netflix film dazu also einige wirklich gute dokos hat netflix ich schaue mir das auch an ich habe jetzt auch einfach mal zugestimmt dem netflix hat jetzt einfach mal die gebühren um 50 prozent erhöht die sagen sich halt gut die geldmenge ist um 50 prozent gestiegen weltweit dann würden wir einfach mal die gebühren ist ja sozusagen pari und du kannst du mit einem klick entscheiden ob du noch bock auf netflix hast du noch nicht ich habe es einfach mal geklickt weil mir das scheißegal ist ob das jetzt fünf euro mehr kostet oder nicht okay jetzt bin ich natürlich von eins ins andere gekommen und jetzt machen wir weiter ich glaube ich habe irgendein gläschen zu viel zambuca getrunken aber in einer stagflation in der inflation bill geht es ist der größte besitzer von agrarland in den usa wie ist es denn mit futter futter ist geil tisch irgendwas sachwert das ist super geil ja es ist halt schon genau das was ich weiß jetzt nicht was er gerade sagen wird dann der thomas von ufer finanz ufer katsch finanzfluss es ist natürlich schon super wieder genau das was was ich eben gerade alles erklärt habe eben ewig lang bei florian home der ist ein mastermind ein absolutes genie im kopf und wenn er dann aber das spricht hier super geil klopft auf den tisch und sachwert und so dann kommt es ja teilweise raus wie von einem fünfjährigen ja und das ist ja genau das was ich gerade ehrlich gesagt versucht habe zu erklären da gibt es ein worten begriff das sind leute die halt extrem gut sind in der mathematik oder oder programmieren ja aber halt nicht richtig sprechen können und so ich bin da auch teilweise also ich bin schlecht in mathe wahrscheinlich und auch gleichzeitig im sprechen besonders bei hübschen frauen also schreibt es mir in die kommentare da gibt es irgendein begriff der das ganze halt einfach beschreibt wo sie sich jetzt 100 stunden lang darüber wundern das ist einfach ein zustand eines charakterlichen oder eine eine eines ein zustand eines menschen der einfach sozusagen bestimmte fähigkeit zentralisiert und fokussiert in eine richtung hat und dafür halt weniger eine andere richtung ja also so eine art anomalie so außer aus dem median aus dem durchschnitt heraus ja es ist ja häufig so dass du sagst einer der haltung besonders gut schwimmen kann kann halt sehr schlecht laufen oder einer der sehr sehr gut musik musik also quasi super künstler ist musiker sein kann ja so singen kann und so weiter der kann halt dafür scheiße rechnen also irgendwie so diese gedankensprünge so was hat jetzt bill gates als größter agrarland besitzt sein usa so mit der investition zu tun also er meint weil bill gates in agrarland in den usa investiert ist agrarland eine gute sache warum klopft auf den tisch okay ich sorry ich habe ein bisschen schwierigkeiten dran zu bleiben bin ich kein kein keine edelmetalle haben müssen das doch das ist doch ganz klar absehbar was funktioniert ich weiß jetzt nicht die gesichtsausdruck von es ist halt schon ein bisschen hammer wenn ich keine edelmetalle habe wir wissen es doch ist es doch absehbar was funktioniert also da muss ich mich jetzt wirklich mal beschweren weil ich gehöre zu den leuten die sich über jahre hinweg dirk müller angeschaut haben noch lange bevor florian home online gegangen ist lange bevor wir heißen jetzt alle markus dr krall online gegangen ist und so weiter und ich habe mal eine zeit lang möglich auch an dieser edelmetalle und so weiter geglaubt und so weiter und ich bin es auch heute noch super toll schön und alles super aber kann ich eins verraten wenn ich nur zehn prozent nur zehn prozent von den edelmetallen die ich gekauft habe in meinem leben bitcoin investiert hätte oder keine ahnung was in tesla oder so ja dann würde ich heute wahrscheinlich nicht mehr da da wohnen und leben wo ich jetzt gerade zu dann wäre ich irgendwo wo ich meine neurodermitis sozusagen über tägliche sonnenbäder und tägliche strandbesuche sagen aus kurieren würde ja auf täglicher basis und echt wirklich da kommt es mir echt hoch wenn sozusagen im jahr 2021 ist es glaube ich auch aufgenommen worden das video oder halt was ich man die leute immer noch predigen und leute die viel einfluss haben und hunderte von tausenden follower und so weiter mit ihrer edelmetall kacke er muss ich echt zu sagen hier immer noch rum argumentieren ja schaut euch mal die performance von den edelmetallen an und abgesehen von kupfer und palladium glaube ich war es aber davon war ja nie die rede es war immer nur gold und silber und gold und silber ist einfach scheiße ja also wenn du mal die ausweiterung der geldmenge vergleichst mit dem anstieg oder mit dem verlauf der gold und silber kurse im vergleich zu dollar egal wie das auch immer vergleich ist vergleichen willst ja dann bist du hier wahrscheinlich nicht mal auf bergen aktuell ja und sehr klar es ist gold gestiegen auch mit zeitraum von 20 jahren aber so bord ja so ist die siemens aktie also ich meine das eine ist halt es ist schön und alles hobby mäßig und du kannst auch zum sammler gerne sein und so weiter aber als reine wertanlage und davon reden hier die ganze zeit die reden ja nicht von edelmetallen ja als hobby als münz sammler oder als was weiß ich sondern die reden ja von edelmetallen für die breite masse dass diese haben sollten ja möglichst viele leute und möglichst viel davon und möglichst als anlage vermögens verwahrung und so weiter ja wenn ich mir die performance anschaut und dann noch hin rein hinzurechnen dass es keine kein cashflow abwirft dann ist es einfach also wirklich irgendwas für die mülltonnen muss man ehrlich mal so sagen zudem dann auch noch inflexibel ja also wenn du dieses physischen kram dann noch hast dann muss das auch irgendwo wenn du mehr davon hast du doch noch aufbewahrungsgebühren bezahlen die sind nicht ohne und oder du musst mit dir rumschleppen ja also leute mit edelmetallen also ich habe auch schnell kein video mehr drüber gemacht könnte mich echt mal kreuzweise ehrlich war also da kann ich jetzt schwer emotional werden dem gabel ob sich gerade denkt okay verstehe ich es nicht oder also ich komme gerade nicht so dahinter also wir haben gelernt wasserinfrastruktur in südostasiatischen ländern und agrarland und dann hat er noch was gesagt von was hat er gesagt edelmetalle was nicht funktioniert wahrscheinlich ist wenn ich 08 15 anleihen kaufe das anleihen sind toxisch wir shorten anleihen wäre mal schön so eine präzision zu haben welche art von anleihen also ob er staatsanleihen meint ob er ob er unternehmensanleihen meint ich meine anleihen ist ja nicht gleich anleihen ist ja wie man sagen würde aktien insgesamt geschortet also interessant also vielleicht geht ihr noch ein bisschen genauer darauf ein also 0 8 15 aktienportfolio ist auch nicht was ist nur das 15 aktienportfolio was was steht also ein 0 8 15 aktienportfolio ist auch nicht gut jetzt direkt danach was für ein 0 8 15 aktienportfolio ja das ist eigentlich die noch völlig absolut logische frage denn was ist das wort für begriff ein 0 8 15 aktienportfolio ja jetzt erfunden gerade oder was was ist denn das überhaupt ja und die frage wird jetzt gestellt und ich hoffe nicht auch geantwortet nehmen doch mal müssen gar nicht so weit gehen schau dir doch mal die performance seit 2003 2004 von der nasdaq gegen den dax an ich würde sagen outperformance aber ich kenne die zahlen jetzt auch nicht auswendig dann ist der dax auch noch so ein theoretischer index den gibt es gar nicht wenn du die nachmachst du kannst nämlich deine dividenden nicht reinvestieren ohne steuern zu zahlen das ding ist okay jetzt sind wir ungefähr eine minute weiter und ich weiß immer noch nicht was ein 0 8 15 aktienportfolio ist also ich würde mal sagen da kann man da ist dieses interview hat noch optimierungspotenzial also die art und weise wie man die gestellten fragen beantwortet ja und das ist eigentlich die aufgabe des interviewführers und derjenige der das interview leitet bin ich jetzt interview expertin ist ein künstliches konstrukt ist genial also wir waren jetzt was ein standard aktienportfolio ist okay dann nasdaq versus dax seit 2013 dass der kz safe out per sorry 0 8 15 aktienportfolio und es wurde diese frage wurde nicht beantwortet das kannst du an dieser stelle bitte nochmals daten das ist nämlich entscheidend der heißt werden fragen gestellt und dann wird irgendwas geantwortet was mit der frage gar nichts zu tun hat ja da gibt es auch keine excuse dass ich sozusagen kommunikativ sozusagen getrennt bin vom brain gehirngenie sondern es ist einfach nur ich beantwortet einfach nicht die frage und das ist die situation ist ja einfach definitiv gegeben formt also ich weiß nicht also zumindest ist nasdaq die letzten jahre extrem gut gelaufen und der dax ist ein theoretisches konstrukt was er damit meint der dax ist ein theoretisches konstrukt bedeutet also der dax ist eine performance index das bedeutet er rechnet die dividenden mit ein das heißt wenn dividenden ausgeschüttet werden in einem dax unternehmen wird das quasi auf den auf den dax drauf gerechnet also das geld wird reinvestiert klassische thesaurierung und was er jetzt sagt als kritik am dax ist dass du gar nicht steuerfrei reinvestieren kannst das bedeutet dass also in der praxis kannst du den dax die performance gar nicht so genau nachbilden weil du erhältst ja die dividende dann müsstest du eigentlich steuern bezahlen und erst nach steuern kannst du reinvestieren damit beantwortet jetzt nicht unbedingt die frage nach einem normalen aktienportfolio aber okay und es ist völlig richtig die frage nach dem 08 aktienportfolio ist nicht beantwortet worden erstens zweitens das was wir im dax sehen will er damit sagen ist eine verfälschte kurve und da gibt es irgendwie noch so einen anderen dax irgendwas index der heiße ein bisschen anders da wurde es eben nicht mit eingerechnet ist und man ist dort den eigentlichen echten dax nur von dem spricht keine sau ja das heißt diese milliarden von videos und youtube und geblas und statistik und charttechnik und blulululu wo ich auch 10.000 videos bei mir drauf hab dieser DAX, das ist der DAX, der eigentlich verfälscht ist, weil unversteuerte, thesaurierende Dividenden dort enthalten sind seit Ewigkeiten, sprich im Zinseszins wahrscheinlich auch noch und so weiter und so weiter. Das heißt, der eigentliche DAX, wenn man das mal rausnehmen würde, der wäre noch schlechter, als er eh schon ist, was wir so als DAX sehen oder die meisten sozusagen ständig posten. Und das ist das, was er da gerade sagt. Und das ist natürlich auch vollkommen richtig. Und deswegen bin ich auch weg von dieser ganzen Trading-Scheiße und dieser ganzen Index-Trading-Scheiße und so weiter, wo ich auch mal vergiftet worden bin, ja, mein Gehirn mit und viel Geld habe auch liegen lassen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich immer mehr verloren habe, als ich eigentlich gewonnen hatte mit dieser ganzen Trading-Scheiße. Und auch da muss ich sagen, hätte ich von diesem ganzen Trading-Kapital, hätte ich das in Bitcoin investiert, ja, in gleichen Portionen, hätte ich nie eine Stunde oder auch nur eine Minute Aufwand gehabt, irgendwie irgendwas vorzubilden, zu studieren, Trading-Chart-Technik, nichts von dieser ganzen Kacke hätte ich jemals, nicht eine Minute, ich hätte jede Minute dieser Zeit in Geld verdienen stecken können, hätte noch mehr Geld verdient gehabt. Und das Geld, was ich dann in dieses Trading dann reingesteckt habe, als Kapital, um überhaupt treten zu können, egal, die Einzelheiten ersparen wir uns. Wenn ich das in Bitcoin investiert hätte, zu den jeweiligen Zeitpunkten, dann wäre das jetzt, dann wäre dieses Bitcoin-Portfolio mehrere Millionen Euro wert, ja. Und ich habe damals mit, wie hieß der, auch so ein Trading-Weltmeister, dritter Platz, ich habe den Namen verdrängt, 2013 habe ich 1000 Euro bezahlt, um eine Mission, Millionär hieß der damals auch, nein, der Million Dollar Challenge, der Million, schaut euch mal das an, der Million Dollar Challenge. Ich glaube 2013 oder 2014, da habe ich auch noch nicht so gut verdient, habe ich 1000 Euro investiert, Lifetime-Mitgliedschaft, 1000 Euro und der hat immer den Weizen und den S&P 500 getradet, Day Trading auf Tagesbasis. Und da ging es darum, 30.000 Dollar auf eine Million zu treten, weil das Ding hieß ja auch Million Dollar Challenge, ein Wort, de wahrscheinlich. Ich habe den Namen vergessen, wie der heißt, egal, schaut es selber. Und es ist auch nicht wert, dass man ihn benennt. Ich habe ihn auch mal persönlich besucht, in der Trading-Akademie, da irgendwo in Wolmershöhe oder wie das heißt, in dieser Akademie. Und also ich glaube, das Konto ist heute immer noch auf 30.000 Dollar oder sogar tiefer, ja, weil du bekommst ja sozusagen Lifetime, bist du ja da in dem Club dann drin für diese 1000 Dollar. Und also totale Witz. Du hättest einfach damals diese 30.000 Dollar, dieses Day Trading, 30.000 Dollar auf eine Million, ja, einfach diese 30.000 Dollar in irgendeine bescheuerte Aktie wie Tesla, Siemens, egal was du gemacht hättest, du hättest heute mehr Geld als wie dieses Day Trading-Programm, ja. Das ist jetzt nur ein Beispiel von ein paar Beispielen, wo ich bestimmt, ja, bestimmt, also nicht jetzt mal, abgesehen von der Performance, die ich habe liegen lassen oder so, ja, einfach mal das Geld, was ich dann investiert habe. Und das ist einfach irgendwie so, so ein Golf wahrscheinlich wert, irgendwie, so ein netter Golf oder sowas in dem, in dem Dreh, als Auto auch schon was. Und ja, wenn du 2013, sagen wir mal, 20.000 Euro in, ich kann, weil keine Ahnung, was du investierter bist, selbst wenn du es nur in Google investierter bist, dann hättest du heute 100.000 oder was, ja. Also, und in Bitcoin hast du heute Multimillionär und so weiter, ja. Also, ähm, und hättest du es einmal gekauft, geklickt und liegen lassen, die wir da anschauen. Und, ähm, wie bin ich jetzt auf das ganze Thema gekommen? Keine Ahnung mehr, keine Ahnung. Leute, weiter. Trotzdem ein Grundschlechtindex, da ist kein Wachstum drin. Da ist die Welt von gestern drin. Bis Wirecard in den DAX gekommen ist und dann gab es Zukunftsaussichten. Nein, Scherz beiseite. Da gibt es schon Unternehmen drin, die internationales Gewicht haben. Alla SAP, Adidas, Großkonzerne, Münchner Rück, Allianz, Volkswagen. Ist immer ziemlich leicht, auf den DAX einzuprügeln und so. Okay, die Performance, kann man sich drüber streiten, aber ich weiß jetzt nicht, ob der DAX ein klassisches Aktienportfolio ist. Also das, wo Tim Gabel danach gefragt hat. Oder siehst du da irgendwelche Dinger, wo du... Da sind auch irgendwelche alten Immobilienkonzerne drin und so. Ich habe es mir das vor Funno nicht angeguckt. Von Novia, ja. Unter anderem, also das Anlage-Panoptikum, das ist richtig gut. Welches Anlage-Panoptikum, was meint der damit? Also, es wird schon ziemlich obskur. Also, ich müsste mal schauen, wie viel Aufrufe und so weiter hatten dieses Video dann bekommen. 10.000 Reviews. 2021. 2 Tage von meinem Geburtstag, äh, 2023 ist es okay. Diesen Jahres. 650, Daumen nach oben. Also, ich glaube, ich habe schon bessere Videos gemacht. Ähm, hat mich mal... Na gut. Also, ja, das ist halt, das ist halt die Welt, ne. Das ist halt die Welt, wenn du halt irgendeine Person einlädst, ja, die halt einen Namen hat, egal wie dann auch der Inhalt ist, du hast mal definitiv von vornherein. Ja, und einen gewissen Titel wählst, na, egal ob der Inhalt dann noch viel zu tun hat, dann hast du schon mal irgendwie irgendeine Klicks und das ist ja die Hauptsache, so wie das scheint, ja. Passt du dich für alle jungen Investoren gut ist, 10.000 auf einen Schlag ist ja schön, dass du das machst, aber hast du 500 Euro im Monat gespart, dann machst du das weiter. Das stimmt, da kann ich nur zustimmen. Einmalig investieren, was du hast und dann weiter. Äh, ja, Sparplan, absolut richtig, ja, einfach dranbleiben und Cost Average'n. Ja, Sparplan habe ich lange Zeit komplett unterschätzt. Einfach die Tatsache, dass du dich einfach rausnimmst aus dieser ganzen Scheiße, ja. Denn wenn du einen Sparplan hast, welchen verdammten Grund hast du dann noch, jeden Tag irgendwelche Kacke anzuschauen, ja. Irgendwelche YouTube-Videos, ja, so wie das hier jetzt oder irgendwie welche ständigen News, die jeden Tag irgendwelchen Blödsinn kommentieren, hinterher nachplappern, ja. Also ich meine, es ist ja alles nur da, okay, dann habe ich dann irgendwie 10.000 Kanäle, die sagen dann, was irgendwelche anderen Analysten gesagt haben, ja. Und die Analysten sagen dann auch wieder nur, was halt irgendwelche CEOs gesagt haben, ja. Und dann wird eben fünfmal erzählt, was der andere erzählt hat. Und das Ganze wird dann online auf Media und auf Magazinen dann überall verstreut. Und dann werden halt Views und Klicks und alles mögliche generiert. Und andere wiederum haben dann Produkte, die halt dann dort ihre Werbung platzieren. Und dann kriegen die halt ein paar Prozent ab. Aber hier bin ich jetzt wieder auf das Thema gekommen. Scheiße, das ist echt schon zu spät. Keine Ahnung was. Aber, ja. Quasi, dranbleiben, Vermögen aufbauen, ja. Und dann wird... Achso, ja, Sparplan, klar. Also wenn ich einfach Sparplan mache, dann muss ich mir überhaupt gar keine Infos reinziehen, ja. Ich kann komplette Abstinenz üben von Nachrichten und quasi keine Nachrichten mehr schauen. Egal wo, ja. Ich mache einfach einen Sparplan und ich garantiere dir, du hast deswegen keine Performance-Einbußen groß, ja. Garantiere ich dir, ja. Du suchst dir einfach einmal, entscheidest dich für irgendwelche Sachen, machst dann einen Sparplan, egal ob Bitcoin oder Aktien oder was weiß ich, Sparplan im Sinne von Immobilie abbezahlen. Ist ja auch nur ein Sparplan, nichts anderes. Und du lässt es laufen und konzentrierst dich auf dein Leben leben und Geld verdienen, ja. Ja, sodass du eben mehr Sparpläne machen kannst und höhere Sparpläne. Und that's it, baby. Dann bist du zwangsläufig irgendwann Millionär. Wenn du mal irgendwann auf ein Level kommst, wo du 10.000 Euro im Monat wegsparen kannst, ja. Dann bist du zwangsläufig nach 8 Jahren Millionär. Da brauche ich keine Bücher lesen, da brauche ich keine Kurse machen, brauche ich kein Genie sein, da brauche ich gar nichts. Einfach nur das. Einfach nur aufs Geld verdienen konzentrieren, dass ich einigermaßen Geld verdiene über den Durchschnitt, ja. Und Leben leben und Sparpläne und fertig. Ja, aber wenn es so einfach und langweilig, da kann ja keine Finanzpornografie, wollte ich gerade sagen, Finanzindustrie von Leben. Und deswegen müssen sie ständig wieder irgendwelches Öl in irgendwelche Feuer gießen, ja, irgendwelche Hypes aufgreifen, die dann wieder noch 50 Mal weitererzählen. Und die Leute, die sich das alles anschauen, sind meistens irgendwelche Anfänger, meistens irgendwelche Fans, sozusagen, dass du schon quasi hingewaschen bist, ja, dass du ständig irgendwie einen Kanal anschaust und dann das Teil deines Lebens schon wird, ja, sozusagen. Gewohnheitstier, der Mensch, Gewohnheitstier, ja. Er macht lieber das, was er schon gewöhnt ist, auch wenn es scheiße ist. Und, ja, obwohl du das alles gar nicht bräuchtes, ja, konzentrier dich einfach auf Geld verdienen und ein schönes Leben haben, ja. Du musst nicht zu den Verlierern gehören, weil du musst zwei Sachen machen, sobald du vermögender wirst. Jetzt ist angesagt, klar, vorsichtiges, intelligentes, diversifiziertes Investieren und wenn dein Vermögen etwas größer wird, noch vorsichtiger, dann musst du es echt vor Aushöhlung des Staates durch Corona-Sondersteuer, Grundsteuer, Buy-In-Gesetze, Vermögensteuer, Erbschaftssteuer, whatever schützen. Ja, das ist natürlich klar. Das ist aber auch schon immer so gewesen, schon im fünften Jahrhundert, im ersten Jahrtausend, im zweiten Jahrtausend, vor 5000 Jahren war das höchstwahrscheinlich schon so, wenn du dir mal ein paar Dokus anschaust oder irgendwelche Bücher meinetwegen liest, ja. Weil der Mensch schon immer so war und letztendlich ist schon immer das Prinzip Umverteilung war, ne. Und umverteilen bedeutet wegnehmen, hingeben und wo kann man nehmen? Nur da kann man nehmen, wo jemand was hat. Das war schon damals im Römischen Reich so, wenn die Kriegskassen irgendwie knapp waren, dann hat man halt geschaut, okay, welche Schichten haben Geld, ne. Und dann erfindet man irgendwas, dass man dort eben die Kohle abzieht, ja. Und das war schon vor 5000 Jahren so, vor 2000 Jahren, vor 100 Jahren, egal wann, das ist immer das Gleiche, ja. Und es geht immer um Macht, es geht immer darum, wer kann dem was sagen und ob das jetzt auf einem Level ist, Angestellter, Vorgesetzter, Business Owner, Kunde, Nichtkunde, es ist immer dasselbe, es ist immer Mensch zu Mensch und der Mensch war schon immer so, wie er eben ist, ja. Das sind die zwei Sachen, für die Vermögenden gilt beides, für die nicht so Vermögenden gilt es, als Investor zu denken und nicht mehr als Defetist. Okay, da habe ich jetzt gefolgt, dass... Da hast du jetzt gefolgt, das ist dann bitte ein Defetist. Das würde ich jetzt mal kurz hier googeln, weil das heißt, ich finde ich nicht Defetist. Definition. Das gibt es nicht mal auf Wikipedia. Defizist, was ist denn das? Das hat was mit Defizit zu tun, ja, aber okay. Gibt es nicht. Das klingt gar nicht so abstrus, das sehe ich auch so. Also gut, ich sehe das jetzt nicht so pessimistisch, dass jetzt eine ganze Reihe von allen möglichen Sondersteuern durch Corona und Co. auf uns zukommen werden, aber irgendwie muss das ja finanziert werden, würde ich jetzt mal sagen. Und naja, wenn man die Wahl hat, welche Bevölkerungsgruppe möchtest du besteuern, die, die tendenziell ein bisschen mehr Geld haben oder die, die tendenziell ein bisschen weniger haben, muss man sich eventuell Strategie überlegen, wie man sich da schützen kann, wenn man sich als eventuell Betroffene sehen würde. Aber okay, ja, Investoren-Mindset finde ich auch gut, sieht aber ganz gut aus. Also letztes Jahr haben wir super viele neue, vor allem junge Aktionäre und Aktionärinnen, an den Aktienmarkt bekommen. Ja, wenn ich mir hier einen Euro-Gewinn auszahle, dann haben wir 30 Cent in meiner Tasche. Das ist doch klar, wenn die Geldmenge so viel steigt, dann wird das, was nicht so viel steigt, wie Gold ist, auch einer der Schlüssel für den Erfolg von Bitcoin, der vermehrt sich nur so um grob 1,5-2 Prozent pro Jahr. Aber die großen Fiat-Währungen seit jetzt bald im zweiten Jahr, die steigen ja 20-30 Prozent in der Menge. Dann muss Bitcoin besser steigen. Tesla-Aktien muss besser steigen. Desto spekultiver, desto mehr steigt es. Das finde ich wiederum interessant. Als Total Return Investor oder als Hedgefondsmanager, ehemaliger oder Lehrverkäufer, die kommen dann in solche extremen Fantasiehöhen, dass sie so weit von der Welt abgekoppelt sind, dass sie einbrechen. Und wie viele Hedgefondsmanager, mit Milliarden von Vermögen zu verwalten, haben sich da schon in den Arsch gebissen in den letzten Jahren mit Tesla und Co., weil sie geshortet hatten. Da gab es einen Short-Squeeze und sind rausgeprügelt worden und haben hunderte von Millionen innerhalb von kurzer Zeit, von wenigen Tagen, ihre Kunden vergeigt. Und das wird hier nicht erwähnt. Ja, ich rede hier von unterschiedlichsten Hedgefondsmanager, da könnt ihr euch mal selber informieren, wenn ihr Bock drauf habt. Ich habe nämlich lange Jahre diesen Short-Kraffle hinterhergelaufen und habe auch versucht, irgendwie über Short absichern und blau und traden, irgendwie mehr Performance und was weiß ich, mehr aus meinem Geld zu machen. Und ich habe unterm Strich immer nur verloren. Ja, das sage ich immer so fett in die Kamera rein und es kotzt mich an. Wenn einfach so, einfach irgendwas so Brocken rausgeschmissen werden, ja, und damit verweise auf meinen Kurs, auf meine Akademie und so, ja, das kenne ich alle das Spiel. Ich bin Marketing-Experte, ja. Und es ist halt einfach mit Short-Strategien, also Leerverkäufer und so weiter, Geld überhaupt zu verdienen, ist extremst schwierig, ja. Und ich habe es gerade erwähnt, es gibt diverse Hedgefondsmanager, also Vollprofis, ja, die Milliarden von Vermögen verwalten, das Geldmengen, die ein normaler Mensch wie du und ich gar nicht vorstellen kannst, ja. Und die liegen falsch. Shorten, Tesla, haben Shorten, Tesla geschortet, als Tesla 100 Euro wert war, vor dem Aktien-Split noch. Und dann ist das Tesla gestiegen, gestiegen, gestiegen und dann mussten die sind aus dem Markt gedrängt worden, zack, dann ist Tesla noch mehr gestiegen. Ja, das ist fast kriminell eigentlich, ja. Und, ähm, tja, kann ich jetzt echt gerade nicht nachvollziehen, ja, dass er wieder solche Beispiele bringt, wie Tesla und Short. Ich weiß nicht, wie viele Leute in den letzten drei Jahren professionelle Leute mit Tesla und einer Short-Strategie gute Rendite bezahlt, gemacht haben. Das würde ich gerne mal verstehen und wissen. Ich glaube, da gibt es fast keine, von diesen ganzen sogenannten Profis da draußen. Und, äh, das hier einfach mal wieder so in den Raum zu schmeißen, ist halt meiner Meinung nach Grundfall. Ja, muss man echt sagen. Weil viele, viele Idioten, wie ich auch einer bin, ja, oder war, halt da hinterher springen, ja, und da irgendwas versuchen, machen, nachmachen und so weiter. Und, äh, auch Geld bezahlen für Kurse. Ich habe es gerade eben erwähnt, ja, diese 1000 Euro oder was, was, was das waren damals. Ähm, völlig scheißegal, ja. Ähm, Short ist, ist keine, ist, ist meiner Meinung nach, also ist nichts, wo du, ist einfach, ist einfach scheiße. Ja, ist einfach scheiße. Also, selbst die Profis fallen da aufs Maul, regelmäßig. Ja, und das sozusagen in der breiten Masse bin ich mittlerweile absolut dagegen, muss ich ganz ehrlich sagen. Bin ich einfach völliger Gegner. Ja, weil, weil die Masse einfach immer aufs Maul fallen wird und einige wenige sammeln irgendwo die Kohle auf und das sind dann meistens sogar die Broker, die einfach von den ganzen Hin- und Hergeträte einfach am meisten verdienen. Und da muss ich echt sagen, an diesem Punkt muss ich sagen, das ist 1 zu 1 vergleichbar mit dem Casino. Du kannst noch so guter Spieler sein, ja, in Poker und Wahrscheinlichkeiten berechnen und abschätzen. Du wirst gewinnen, du wirst verlieren, du wirst gewinnen, du wirst verlieren, unterm Strich wirst du einen Haufen Rake, heißt es dort, Gebühren bezahlt haben und wenn du es dann über Jahre hinweg mal dir genauer anschaust, wirst du null Geld verdient haben letztendlich und noch einen Haufen draufgezahlt, selbst wenn du richtig gut bist, schon allein wegen den Gebühren. Und das ist meine fucking Meinung. Muss man echt folgen hier. Also, durch die steigenden Geldmengen im europäischen und amerikanischen Raum und dem verhältnismäßig weniger mehr werdenden Bitcoin wird das an Wert gewinnen, wenn ich das richtig verstanden habe. Sehe ich durchaus ähnlich, dass das ein treibender Faktor sein kann. Es kann aber auch noch zusätzliche Störfaktoren geben, die normales Fiat-Geld nicht hat, aber Kryptowährung schon. da wäre ich ein bisschen vorsichtig. Wie das jetzt mit Tesla? Achso, weil Tesla vergleichsweise Bitcoin hält. Okay. Und er ist ehemaliger Hedgefondsmanager Short Seller. Okay, das wissen wir. Und er sagt, dass diese spekulativen Dinge in die Höhe gehen, wie jetzt zum Beispiel NFTs oder sowas. Er denkt aber, dass das heute Blasen noch platzen können. ich meine, das ist, das ist. Ja, mein lieber Thomas, Finanzfluss, du versuchst immer noch Connecting the dots von dem, was er gesagt hat. Habe ich dir ja schon erklärt, warum das nicht funktioniert. Also, wir sehen uns beim nächsten Video. Ich muss jetzt raus. Es ist spät und ich bin saumüde und wollte noch eine Viertelstunde Netflix gucken. Bis dahin. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss,